und willkommen zum letzten video für dieses jahr das muss jetzt das neunte video sein die black eyes wie man da sieht diese seite zum publikum also zu euch gerichtet ich hatte die selber noch nicht ich bin sehr gespannt 47 schuss 40 sekunden 40 meter effekthöhe xxl fächer salvenbatterie der karton wird natürlich aufgehoben ich bin gespannt viel spaß und guten rutsch danke fürs zusehen danke